Dieser neue Double-Swing-Barbar ist insane. Mudiju leitet auf MaxRowGD den Diablo 4-Bereich und hat in der Vergangenheit stets sehr innovative Guides auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Für seine No-Shout-Double-Swing-Barbar-Guide habe ich extra einen Barb-Twink gelevelt. Ich habe den Bild ausführlich getestet und möchte ihn euch dringend ans Herz legen. Er rockt und ist vor allem auf höhere Nightmare-Dungeons ausgelegt, also schaut unbedingt mal näher rein. Wie immer habe ich auf meinem Blog Stivenio.de alle Infos zum Bild in einer News zusammengefasst. Einfach oben im Heather draufklicken und ihr bekommt die Skillung, das Paragon-Board und so weiter. Für mehr Diablo-News, Tipps und Gewinnspiele folgt meinem Kanal. Vielen Dank!